Hi, ich sage euch, es ist ganz schön einsam hier draußen. Ich glaube, den letzten Menschen bin ich vor über zwei Stunden begegnet. Und manchmal ist es auch wirklich ein seltsames Gefühl, so allein immer in der Wildnis zu sein, besonders wenn es bald dunkel wird. Ich bin dann immer froh, dass ich im Ländi alles an Ausrüstung dabei habe, was ich so zum Überleben brauche. Wie zum Beispiel ein Schlafsack, immer genügend Trinkwasserreserven. Was Leckeres zu essen, Medikamente, ein dickes Buschmesser, eine Taschenlampe und noch eine Menge andere Dinge, auf die ich wirklich nicht verzichten will. Jetzt stellt euch aber mal vor, ihr wärt hier heraßen ohne Wagen, ohne die ganze Ausrüstung und ohne irgendwelche Kenntnisse, was man in Notsituationen tut. Wüsstet ihr, was man hier essen soll oder wo man am besten schläft oder wo man hingeht, wenn es hier plötzlich beginnt zu regnen? Alle diese Fragen hat man sich auch vor ein paar Jahren gestellt, als man kleine Äffchen aus einem Zoo in den USA nach Brasilien in den Urwald gebracht hat. Mit diesem Umzug änderte sich für die Äffchen alles. Im Zoo gab es keine Feinde, sie bekamen dreimal am Tag zu essen und wenn es geregnet hat, dann sind sie einfach in ihr Affenhäuschen gegangen. Aber im Urwald sollte alles anders werden. Nur die älteren Familienmitglieder kennen noch das Leben in Käfigen und Gehegen. Denn sie wurden im Tierpark von Atlanta in den USA geboren. Und dort wuchsen sie auch auf. Die Zooäffchen wurden auf ihre Freilassung vorbereitet. Sie wurden trainiert, Insekten zu fangen und in Löchern und unter der Rinde von Bäumen nach Heuschrecken zu suchen. Seit dem ersten Tag in Freiheit tragen einige der Äffchen ein Halsband mit einem Sender und einer Antenne dran. So weiß man immer genau, wo die ganze Familie steckt. Sogar nach einem Jahr in der Wildnis wird die Familie vorsorglich noch jeden zweiten Tag von den Wissenschaftlern beobachtet. Man will wissen, wie es ihren Mitgliedern geht. Ob alle gesund und kräftig sind, was sie fressen, wie groß mittlerweile ihr Wohngebiet ist, wann und wo sie schlafen. Die Sender sind die Garantie für ihr Überleben, auch wenn sie den Tieren manchmal lästig sind. Schon manche Gruppe hatte die Orientierung verloren und musste halb verhungert wieder eingefangen werden. Mit dem Peilgerät kann Nelson feststellen, in welche Richtung er gehen muss, um die Löwenäffchen aufzuspüren. Der Sender am Halsband gibt ständig Töne ab, die nur über den Empfänger des Peilgerätes hörbar gemacht werden können. Nach einer Weile hat Nelson die Äffchen entdeckt und notiert seine Beobachtungen. Ein Leben in Freiheit, das heißt lernen zu überleben. Erst nach Monaten haben die Tiere eine Plastikhöhle verlassen, um in einer echten Baumhöhle zu schlafen. Die Baumhöhle wurde früher von Vögeln bewohnt. Die Auswilderung der Löwenäffchen ist ein Artenschutzprojekt, das viele Jahre dauern wird. Für jedes einzelne im Zoo geborene Tier ist es ein langer Weg, bis es sich hier zurechtfinden wird. Die Gruppe wird immer noch gefüttert. Dreimal in der Woche kommen Nelson und sein Kollege Samar hierher zur Futterplattform. Sie sind die Betreuer der Familie und kennen jedes einzelne Tier ganz genau. Und meistens gibt's Bananen. Wasser gehört natürlich auch zu einer Affenmahlzeit. Die Tiere kennen Samar und Nelson und das Rascheln der Tüten. Fast ohne Scheu kommen die Äffchen zu der Bambusplattform zum Fressen. Immer abwechselnd hält eines von ihnen Wache. Derweil können die anderen trinken und fressen. Bei einem Warnruf verschwinden alle sofort in den Bäumen. War wohl doch keine Gefahr. Und die ausgelegten Früchte sind ja sehr verlockend. Ganz schön anstrengend, so ein Tag hier draußen bei dieser Hitze. Und heute habe ich einen Hunger. Ich habe doch tatsächlich meine Brotzeit im Auto liegen lassen. Und das Blöde ist, dass ich nicht weiß, ob diese Früchte hier essbar sind. Genauso ging es anfangs auch den Löwenäffchen. Denn sie sind mit den Gefahren des Dschungels nicht zurechtgekommen. Von 147 Tieren haben nur 24 überlebt. Die anderen sind entweder verhungert oder haben giftige Früchte gefressen oder sind Feinden zum Opfer gefallen. Sicherlich fragt ihr euch jetzt, warum hat man denn dann die Löwenäffchen überhaupt ausgesetzt? Man konnte doch damit rechnen, dass sie es richtig schwer haben werden, im Urwald zu überleben. Zumal sie es ja im Zoo eigentlich wirklich bequem hatten. Ja, und grundsätzlich habt ihr da natürlich recht. Aber das war eben der Preis. Denn die positive Entwicklung des Projekts begann erst, als die wenigen überlebenden Äffchen eigene Junge bekamen. Und für die war die Situation natürlich eine ganz andere. Denn die waren ja in der Wildnis geboren und hatten nicht erst die Bequemlichkeit des Zoos kennengelernt. Und die hatten dann wirklich beste Voraussetzungen für ein Überleben in der Wildnis. Das ist Paula. Seit zehn Jahren siedelt sie echt wilde Löwenäffchen um. Also solche, die immer im Urwald gelebt haben. Das ist eine Aufgabe, die viel Geduld erfordert. Paula ist Wissenschaftlerin. Sie ist mit Käfigen unterwegs, um eine wilde Löwenäffchenfamilie einzufangen und sie später in einer anderen Gegend wieder freizulassen. Paula geht dabei nach einem ausgeklügelten Plan vor. Bereits seit einigen Wochen werden die Äffchen in diesen Käfigfallen täglich mit Bananen gefüttert. Bislang blieben die Fallen dabei immer offen. Paula ist sich jetzt sicher, dass beide Äffchen gleichzeitig zum Fressen in die Käfige gehen. Heute kann sie also die Fallen auf Zuschnappen stellen. Denn es soll keines der Äffchen allein im Urwald zurückbleiben. Und das ist Paulas Kollegin Cecilia. Sie hatte wieder mal Pech mit ihrem Wagen im Morgengrauen, war ja mitten im Urwald im Schlamm stecken geblieben. Und Cecilia musste 10 Kilometer zu Fuß zur Station zurück, um Hilfe zu holen. Paula und Cecilia arbeiten schon seit Jahren gemeinsam in einer Forschungsstation im brasilianischen Urwald. Dank der beiden Wissenschaftlerinnen haben die wenigen weit verstreut lebenden Löwen-Äffchen-Familien eine Chance. Wenn es gelingt, einige Gruppen in ein zusammenhängendes Urwaldgebiet umzusiedeln, können sich die seltenen Äffchen miteinander fortpflanzen. Vorsichtig nähern sich Paula und Cecilia den Fallen. Kein unnötiges Geräusch soll die kleinen Affen in Panik versetzen. Erleichtert stellen die beiden fest, dass die kleine Affenfamilie zusammen ist. von dem Erleichtert stellen die beiden fest, von der erleichtert werden. Und erleicht erst stark, auf die Arme im K Photo, wenn man euch das auch zu tun hat, Bei euch das auch hier anbinden sind, die Kau. unter der Kau. Nun steht den Äffchen der wohl härteste Teil des Umsiedelungsprogramms vor. Sie müssen mit auf die Forschungsstation und einige Prozeduren über sich ergehen lassen. Denn nach der Freilassung will man sie weiterhin aufspüren und beobachten können. Die Fahrt auf dem Rücksitz eines alten VW Käfers ist für die gefangenen Äffchen bestimmt kein Vergnügen. Die Narkose wird das Tier nicht völlig betäuben, sondern nur in einen leichten Dämmerzustand versetzen. Die Untersuchungen selbst dauern nicht lange und tun auch nicht weh. Eine Überraschung. Paula und Cecilia kennen diesen Affen von früher. Er war als Jungtier schon einmal umgesiedelt. Wir haben nichts gemerkt. Vielen Dank.